Und schönen guten Tag, meine Damen und Herren, zum Unternehmensupdate von Victoria Gold auf RohstoffTV. Wie viele große Goldproduzenten, zum Beispiel Barrick Gold, fiel das erste Quartal 2024 von Victoria Gold leider noch etwas schlechter aus, als von Analysten erwartet. Dementsprechend fiel die Aktie nach der Bekanntgabe, bevor es in den letzten Tagen wieder relative Stärke aufbauen konnte. Im ersten Quartal diesen Jahres wurden im Vergleich zum Vorjahr insgesamt weniger abgebaut, das heißt weniger Erz gefördert, das Abraumverhältnis Erz zu Abfall war höher. Und es wurde weniger Erz mit geringerem Gehalt gestapelt und somit unterm Strich weniger Gold produziert und verkauft. In den ersten drei Monaten, per 31. März, produzierte die Goldmine Igel 29.580 Unzen Gold, verglichen mit 37.619 Unzen Gold im ersten Quartal letztes Jahr. Der Rückgang der Goldproduktion um 21 Prozent ist auf niedrigere Gehalte im Zusammenhang mit der Minensequenzierung des Igel-Erzkörpers auf den Zeitpunkt der Einbrierung der gestapelnden Tonnen in die Lagung und auf niedrigere als geplante Stapelraten zurückzuführen. Im ersten Quartal verbuchte das Unternehmen einen Umsatz von 82,9 Millionen Dollar verglichen mit 96,5 Millionen Dollar im Vergleichszeitraum des Vorjahres. Der Umsatzrückgang ist auf die geringere Anzahl der verkauften Unzen natürlich zurückzuführen, die teilweise durch einen höheren durchschnittlichen Realisierungspreis ausgeglichen wurde. Die Einnahmen verstehen sich abzüglich der Behandlungs- und Raffinierungskosten, die sich in den ersten drei Monaten auf 0,3 Millionen kanalsche Dollar beliefen. Das Unternehmen verkaufte 30.491 Unzen Gold zu einem durchschnittlich realisierten Preis von 2.019 US-Dollar verglichen mit 38.201 Unzen zu einem durchschnittlich realisierten Preis von 1.867 US-Dollar im ersten Quartal letzten Jahres. Am 31. März 2024 verfügte das Unternehmen über liquide Mittel in Höhe von 28,5 Millionen kanalsche Dollar und einen Betriebskapitalüberschuss von 148 Millionen kanalsche Dollar. Der Anstieg der Barmittel und Barmittel-Equivalent in Höhe von 13,5 Millionen kanalsche Dollar gegenüber dem Vorjahr ist auf betriebliche Aktivitäten zurückzuführen. In erster Linie aus dem betrieblichen Cashflow-Voranpassungen des Betriebskapitals. Trotz schwächerem ersten Quartal bleibt der Ausblick bestehen. Das heißt, dass die Produktions- und Kostenprognose für 2024 unverändert gegenüber der ursprünglichen Schätzung ist, die im Februar 2024 veröffentlicht wurde. Somit wird die Produktion in der Goldmedie Eagle für 2024 auf 165.000 bis 185.000 Unzen geschätzt. Die AIC für dieses Jahr werden auf 1.450 bis 1.650 US-Dollar pro verkaufter Unze Gold geschätzt. Obwohl die Goldproduktion im ersten Quartal unter dem Zielwert lag, konnte Viktoria Gold dennoch einen positiven freien Cashflow vor und nach Anpassung des Betriebskapitals erzielen. Höhere Goldgehalte und gestapelte Erztonagen werden voraussichtlich zu einer höheren Goldproduktion zu höheren Erträgen, Gewinnen und Cashflows bis zum Ende des Jahres 2024 führen. Die Goldproduktion bei Viktoria Gold im Yukon bleibt speziell im Jahresanfang schwierig. Dennoch hat das Management bereits in der Vergangenheit des Öfteren bewiesen, wie man mit diesen Herausforderungen erfolgreich umzugehen hat. Das Management ist top, die Produktion robust und in den nächsten Quartalen wird man den weiter hohen Goldpreis auch im Betriebsergebnis positiv sehen. Mit Viktoria Gold besitzt man einen Goldproduzenten mit einem hohen Goldpreishebel. Der Pointnet-Ficker-Chart hat wie erwartet gedreht und eine steigende Umkehrformation eingeleitet. Das nächste Kursziel liegt bei 11 kanadischen Dollar, für die Aktie gefolgt von dann 14 bis 15 kanadische Dollar. HC Wainwright hat sogar im neuesten Research das Kursziel auf 19 kanadische Dollar angehoben. Auch das können wir uns sehr gut in der Zukunft vorstellen. Sie finden alle Informationen auch auf unserer Commodity-TV-App in Deutsch und Englisch sowie alles rund um Rohstoffe. Wir freuen uns über ein Like und viel wichtiger abonnieren Sie einfach unseren TV-Kanal. Bitte beachten Sie den eingeblendeten Disclaimer. Die besprochene Aktie ist Teil des SRC Mining Special Situations Zertifikats und ich bin Aktionär des Unternehmens. Vielen Dank fürs Zuschauen und auf Wiederlurke Osterspitz. Vielen Dank fürs Zuschauen und auf Wiedersehen.